Herzlich Willkommen zu HANDI TV. Ich begrüße euch heute mal zu einem Rundgang hier durch meinen Stadtteil in Darmstädt. Ich wohne hier in Darmstädt, das ist am äußerst westlichen Stadtrand von Hannover gelegen. Wir kennen alle Hannover, aber wir kennen schon Darmstädt. Hier gibt es nämlich nicht nur meinen Indoor-Strand mit echten Sand aus Alanya, nicht nur meinen Indoor-Teich, sondern hier gibt es auch einen Garten Eden, den stecken wir gleich mal vor. Erstmal, Darmstädt wurde 1022 gegründet oder erst einmal urkundlich erwähnt und wurde dann zusammen mit Arlem und der Nachbargemeinde Badenstädt nach Nofa eingemeindet. Das war auch in den 70er Jahren. So und jetzt möchte ich sagen, fangen wir mal an mit dem Garten Eden. Hier gibt es eine Wohnungsgenossenschaft, die heißt dieses Gartenheim, die machen ihren Namen auch alle Ehre, die legen für ihre Mieter immer die tollsten Gärten an und immer wenn ich da mit dem Bus vorbeifahre, das ist nicht weit von hier in diese Richtung, kann ich zu Fuß hingehen, wenn ich da mit dem Bus oder mit dem Fahrrad vorbeifahre, dann, jo, das ist echt ein Hingucker, Hingucker wert, also, das würde ich sagen, das gucken wir uns erstmal an. Also jetzt der Garten Eden, hier in Darmstadt, um die Ecke. Viel Spaß! Jungs, die Ecke. Ich finde, das ist ein toller Garten. Da haben sie sich richtig Mühe gegeben, finde ich. Und bevor wir jetzt den Rundgang durch Darfürstet machen, wir fangen hier am besten an, gehen dann über den Darfürstetterplatz, hier nach Osten hin. Ich zeige euch jetzt, wie gesagt, so einen Rundgang, ein paar Impressionen davon. Und vorher kann ich mich auch schon wieder verabschieden von euch. Was das nächste sein wird, weiß ich noch nicht. Aber ich denke mal, wir sehen uns bald wieder, spätestens in Alanya. Bis dahin, eine schöne Zeit, tschüss! Bis dahin! Bis dahin! Bis dahin! Bis dahin! Bis dahin! Bis dann! Bis dahin! Bis dahin! D Amt 정을 Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.